Nehmt eure Schnitzel in die Hand und herzlich willkommen zu einem Infovideo und das könnt ihr euch natürlich denken, da wir Master Builder spielen. So, fangen wir also direkt an und jetzt haben wir ein Infovideo. Schau ich mal nach, was muss ich bauen. Nein, 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 nein. Bad man. Okay. Keine Ahnung, warum ich jetzt gesungen habe, muss ich jetzt überlegen. Es ist auf alle Fälle eine Fledermaus, aber was ihr vielleicht jetzt sehen könnt, nein, man sieht seinen eigenen Namen nicht unter Weinspectator. Ich habe mich jetzt in Minecraft umbenannt. Ganz einfach, wollte ich schon länger machen, hatte ich einfach Lust drauf. Ihr wisst ja, mein Zweitkanal Ignatz Music, den gibt es ja. Und ich hatte Lust, dass ich in Minecraft genauso heiße wie auf meinem Zweitkanal. So viel zu dieser Geschichte. Hört sich anfangs spektakulärer an, als es ist. Früher hieß ich immer Chain007, aber ich fand den Namen eigentlich ziemlich kacke. Leute, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja, das wollte ich eben sagen. Und was dann auch noch so ein Punkt war, wofür ich mich bei euch wirklich bedanken wollte, ist, Leute, für die 100 Subs. Was rede ich? 85 Subs. Da rede ich wieder eine Scheiße zusammen. Also Leute, das ist ja wieder Standard bei mir. Wenn ich etwas angehe, ist es dann halt eine ziemliche Scheiße, die ich da rede. In der Tat. Das ist halt so mein Problem, dass das oft passiert. Ich will es zwar nicht, kann ich dann aber auch nicht wirklich ändern. Ich wollte mich natürlich für die 85 Subs bedanken. Und falls ich frage, aber du Schnitzel, wie bist du vorhin auf die 100 Subs gekommen? Dann war das jetzt die perfekte Überleitung. Nein, doch. Denn ich habe auf meinem Zweitkanal, eigentlich kann ich es mittlerweile nicht mehr Zweitkanal nennen, denn dort hatte ich wirklich eine mega Eskalation. Es ist komplett ausgeartet. Ich hatte dann jetzt schon, mittlerweile habe ich auf meinem Zweitkanal 153 Abos oder so, wo ich mir denke, Alter, was ist da los? Erstens, woher kommen die? Zweitens, was wollen die? Ich würde mich auch nicht einmal als so interessant bezeichnen, dass ich wirklich einen Grund drin sehen würde, warum man mich abonniert. Aber natürlich freut es mich, wenn ich abonniert werde. Aber ich glaube, das freut jeden, wenn er Abos dazu kriegt und so. Dann wollte ich jetzt mal so einen Knopf nehmen, so wie Augen. Ist ja die Fledermaus. Dann mache ich da noch gelb außenrum. Also es ist eigentlich momentan sehr geil, wie es auf meinem Musikkanal abgeht. Ach, Alter, Falter, ist das Hektik pur. Boah, da geht sich ja eh nichts mehr aus. Eigentlich wollte ich es so zweitig machen, aber da wird wohl jetzt nichts mehr drauf. Da muss ich es so begnügen. Und ja, was halt, das habe ich einfach nicht glauben können, weil ich weiß nicht, ob ich es schon angesprochen habe, zu diesen, ähm... Nein, eben zu den, ähm... 150 Abos, was schon mega krank ist, ich habe auf dem gesamten Kanal... Ja... Mäh, weiß nicht. Aber er hat sich was gedacht und es sieht... Ja, ich bin einfach nett. Gibt mir jetzt okay. Aber, ähm... Ich habe 14k Views, wo du denkst... Alter, das ist... Cool. Dass der das hingekriegt hat. 14k Views. 14.000 Aufruf. Ich steuere schon langsam auf die 15k Views zu. Also, dafür wollte ich mich auch noch richtig bedanken. Wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Musikkanal auch gerne auschecken. Link ist, glaube ich, immer in der Videobeschreibung. Ich kann es auch dieses Mal reinpacken. Oder ihr findet es am Anfang von meinem Kanal, zum Beispiel. Und, ja... Was ich auch in letzter Zeit gemacht habe, ist halt, dass ich mich zum Thema PCs umgeschaut habe. Ein bisschen, was da cool ist. Weil mein PC, da braucht halt... Ähm... So. Traurig. Und das ist auch das erste Video, zum Beispiel, mit Shader. Und es hat sich einfach so viel getan. Und, warum halt in letzter Zeit nicht so viel kam, war einfach, weil ich mich sehr auf... Ähm... Mein Musikkanal fokussiert habe. Und jetzt hatte ich gerade einen Freak. Und das ist... Wow! Erisig is awesome! Okay. Hoffentlich... Ja! Ignez, das seht ihr es nochmal. Ja. Eigentlich, weil es ist halt so, es macht einem mega Bock, wenn man so wie ich bei meinem Musikkanal gute Rückmeldungen kriegt. Leute, die sagen, ja, das gefällt mir. Zum Beispiel auf einem Video, glaube ich, habe ich fast 9000 Aufrufe oder so. Denkst du dir schon... Alter, Ebel. Da wollte jemand etwas bauen. Ist aber nicht ganz so fertig geworden, weil er sich ein bisschen in der Zeit unterschätzt hat. Ja. Damit zwei Failure. Daher wissen wir, dass ich nicht der Schlechteste bin. Ja. Ja. Ja, das waren halt eigentlich so die Sachen, die ich in diesem Infovideo ansprechen wollte. Das ist eben seit langem, ja, wieder ein Video hier gibt. Ich bin nicht ganz gestorben, habe mich halt nicht, wie man annehmen könnte. Nicht ganz gestorben, allein diese Tatsache, das ist wieder mal typisch des Schnitzel. In der Tat. Ja. Na ja, wie auch immer, ich wollte mich auf alle Fälle bei euch allen fürs Zuschauen bedanken. Dafür, dass ihr dabei seid. Auch hier kann ich auch mich für Leute, die mich hier und auf meinem Musikkanal unterstützen, bedanken. Und, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einer Bewertung. Schreibt mir gerne eure Meinung zu allem, was ich in dem Video angesprochen habe, in die Kommentare. Und, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.